Eine der vielseitigsten Simulationen im Blender ist die Partikelsimulation. Und diese Simulationen, die finden Sie hier in den Properties ganz außen. Und zwar einmal die Partikelsimulation und dann gibt es hier noch die Physics. Dazu kommen wir später noch. Da gibt es dann Cloth, Smoke, Softbody und dergleichen mehr. Aber zunächst soll es mal nur um die Partikel gehen. Also die finden Sie hier. Und hier können Sie jetzt mit diesem kleinen Pluszeichen ein neues Partikelsystem erstellen. Und dieses Partikelsystem, das können Sie auch direkt ausprobieren, indem Sie mal Alt A drücken oder hier unten auf Play. Und Sie sehen, schon haben wir jetzt einen Würfel, der hier solche Partikel regnen lässt. Nun wäre es natürlich schön, wenn diese Partikel nicht nur hier bis ins Unendliche runterfallen, sondern wenn diese Partikel auf irgendwas drauf fallen würden. Und deswegen bewege ich jetzt diesen Würfel erstmal nach oben und erstelle jetzt hier eine Fläche. Und diese Fläche mache ich jetzt mal größer, also S20. Haben wir jetzt also hier eine schöne große Fläche. Und wenn ich jetzt Alt A drücke, dann fallen die Partikel immer noch durch diese Fläche durch. Denn damit diese Fläche als Kollisionsobjekt erkannt wird, muss man dieser Fläche das noch mitteilen. Und deswegen gehe ich jetzt mal kurz hier zu den Physikseigenschaften und stelle hier die Collision ein. Und wenn ich jetzt nochmal Alt A drücke, dann fallen jetzt die Partikel auf diese Fläche und springen hier so weg. Und weil mir das etwas zu stark ist, kann man noch das sogenannte Damping einschalten. Also dass dieser Aufprall gedämpft wird von der Fläche. Und das kann man also auch hier in diesem Physikpanel für die Fläche einstellen. Also finden Sie hier bei Partikel Damping einen Faktor. Und wenn man den jetzt erhöht und nochmal Alt A drückt, dann sehen Sie, jetzt springen die Partikel also nicht mehr so hoch weg, sondern viel niedriger. Und dann kann man noch während diese Simulation läuft, diese anderen Eigenschaften nochmal ausprobieren. Also zum Beispiel Random, also einen Zufallswert, sodass jetzt nicht alle Partikel gleichmäßig abgedämpft werden, sondern eben mit einem Zufallswert. So, Sie sehen, dass diese Partikel nach 200 Frames aufhören, hier rauszufallen und dass diese Partikel auch scheinbar nach einer Zeit hier sterben. Also die verschwinden einfach. Und das liegt an der Lebensdauer von diesen Partikeln. Und diese Lebensdauer, die kann man einstellen in den Partikeleinstellungen natürlich. Und die finden wir also hier, deswegen gehe ich nochmal zu dem Partikelsystem. Jetzt kann man hier mal sich diese Eigenschaften anschauen. Also es gibt einmal die Eigenschaften für die Emissionen, also zum Beispiel wie viele Punkte, wie viele Partikel hier emittiert werden. Und auch die Lifetime, also wie lange leben diese Partikel. Und wenn jetzt die Partikel nicht verschwinden sollen und meine Animation 250 Frames lang ist, dann kopiere ich mir jetzt diese Nummer. Also bringe ich die Maus einfach hier drüber, drücke STRG-C, gehe dann hier drüber und drücke STRG-V. Man kann natürlich auch hier einfach reinklicken und das reinschreiben, aber dieses Copy-Paste ist eben ganz praktisch. Und dann kann man hier noch einstellen, wie lange dieser Würfel diese Partikel emittiert. Also im Moment hört der bei 200 auf. Man kann natürlich auch das so einstellen, dass diese insgesamt 1000 Partikel sowohl 250 Frames lange leben, aber auch über die ganze Zeit hinweg emittiert werden. Man kann natürlich auch das einstellen, dass die nur 10 Frames lang emittiert werden. Und Sie sehen, dass jetzt während dieser Zeit viel mehr Partikel emittiert werden, denn es muss immer diese Zahl 1000 erreicht werden. So, dass wenn ich jetzt nur, sagen wir mal, 100 Partikel hätte, dann sieht das jetzt bei diesen 10 Frames so aus. Wenn ich jetzt aber wieder als Endframe 250 eintrage, dann werden hier nur pro Frame ein paar einzelne Partikel emittiert, sodass also diese Zahl immer gleich bleibt. Also diese Zahl verteilt sich über die Lifetime und den Start-Endframe. So, diese Partikel kann man auch mit einem Zufallswert sterben lassen. Machen wir mal 10.000. So, und jetzt gehe ich nochmal zu Frame 1. Startet es von hier. Also mit einem Zufallswert sind dann manche Partikel, die leben dann länger und andere leben kürzer. So, jetzt gefällt mir das noch nicht, dass diese Partikel alle aus diesen sechs Flächen entstehen. Deswegen möchte ich aus diesem Würfel eine Fläche machen, also eine einzige Fläche. Und wie mache ich das? Das sind viele Wege. Aber da das jetzt mal in der Mitte passieren soll, drücke ich SZ0. Lasse damit alle acht Punkte in der Mitte zusammenschmelzen. und wähle jetzt alles aus und drücke dann hier bei Remove, Remove Doubles. Und Sie sehen, damit wurden vier Vertices entfernt, sodass wir jetzt also nur noch diese eine Fläche haben. Und wenn ich jetzt nochmal Alt A drücke, dann entstehen natürlich jetzt diese Partikel aus dieser einen Fläche. Und zwar im Moment noch nach oben. Und wenn ich diese Fläche jetzt umdrehe, dann fallen die also direkt nach unten durch. Und das liegt an der Flächennormalen. Und die kennen wir ja schon. Also wenn ich mir mal das im Edit-Modus anschaue, dann haben wir, wenn ich bei Mesh Display Face Normals einschalte, dann sehen wir hier also die Flächennormale. Und diese gibt jetzt in dem Fall die Richtung an, wie die Partikel hier rausfallen. Also wir haben jetzt hier wie so eine regnende Fläche, aus der es diese Partikel rausregnet. Und die Geschwindigkeit, mit der diese Partikel hier rausfallen, die kann man hier weiter unten einstellen. Also ich mache jetzt mal Emissionen zu, denn diese Emittierung, die soll passieren von den Phases, und zwar zufällig in so einem bestimmten Muster. Also das könnte man hier noch verändern. Aber ich schließe das jetzt mal und gehe zwei weiter runter zu Velocity, also zur Geschwindigkeit. Und hier kann man jetzt angeben, mit welcher Geschwindigkeit diese Fläche, diese Partikel emittiert. Sodass wenn ich hier bei Emitter Geometry bei Normal Null eintrage und nochmal Alt A drücke, dann entstehen die zwar hier und fallen dann aber nur durch die Schwerkraft runter. Ich bewege die mal etwas weiter nach oben. Ich drücke nochmal Alt A. Also Sie sehen, wenn die hier entstehen, dann haben die noch keine eigene Geschwindigkeit, sondern werden einfach nur von der Schwerkraft angezogen. Aber wenn ich hier jetzt 10 eintrage, dann schießen die aus dieser Fläche hier jetzt so raus. Und diese Geschwindigkeiten, die kann man auch interaktiv regeln. Also wenn ich jetzt hier während dieser Animation läuft, diesen Wert verändere, dann kann ich jetzt hier auch interaktiv die Geschwindigkeit erhöhen. Und dadurch, dass die jetzt so schnell sind, springen die natürlich auch weiter hoch. Also hier sind einfach die ganz normalen physikalischen Gesetze, die hier zum Tragen kommen. Und so kann man da so einstellen, wie diese Partikel hier emittiert werden. Ich stelle das jetzt nochmal zurück auf 0 und gehe stattdessen zu Object und stelle das auf 1 und noch passiert hier nichts. Aber wenn ich jetzt das Objekt mal bewege, dann wird diese Bewegung jetzt genommen als Impuls. Nochmal zum Vergleich, ich stelle das auf 0 und drücke jetzt G und bewege das jetzt hier so ruckartig. Aber Sie sehen, dass die Partikel hier einfach nur ganz normal nach unten fallen. Und wenn hier aber eine Objektgeschwindigkeit verwendet wird, dann wird die Bewegung meines Objektes abgefragt. Und wenn es jetzt auf 1 steht und ich drücke nochmal G, dann kann ich hier jetzt so eine Anfangsgeschwindigkeit vergeben. Also Sie merken schon, hier kann man unendlich viel Spaß haben mit diesen Partikeln. Also das ist diese Geschwindigkeitseinstellung. Ich klappe das jetzt mal wieder ein, beziehungsweise setze das wieder zurück auf 0 und stattdessen die Geometrie nochmal auf 1. Also STRG C, STRG V und die 0 kopiere ich mir jetzt auch. STRG C, STRG V. So, ich klappe jetzt die Geschwindigkeitseinstellungen wieder ein. Und auch bei der Rotation möchte ich nichts weiter einstellen. Deswegen klappe ich auch das hier ein. Was noch interessant ist, ist das Physics Panel. Und zwar kann man hier einstellen, wie diese Partikel auf die physikalischen Eigenschaften reagieren. Und da gibt es einmal die newtonischen, also nach Newton berechneten physikalischen Eigenschaften. Und das ist also zum einen die Schwerkraft, dann die Masse, dann gibt es hier noch eine Brownian-Bewegung. Das ist, wenn ich das mal kurz anschalte, dann werden die so verwirbelt. Also hier sieht man jetzt vielleicht, dass sich diese Partikel nicht nur gerade nach unten bewegen, sondern so ein bisschen verwirbeln. Dann gibt es noch DRAG und DAMP. Also da kommt noch der Luftwiderstand hier zum Tragen und hat einen Einfluss und so weiter. Also hier kann man einfach mal ausprobieren, was es hier für Möglichkeiten gibt. Wenn man die Physics ausstellt, also auf NO geht, dann passiert auch nichts weiter. Dann entstehen hier diese Partikel an meiner Fläche. Hier passiert also gar nicht. Also hier gibt es keine Geschwindigkeit, keine Schwerkraft. Also wenn die physikalischen Eigenschaften ausgestellt sind, dann entstehen hier einfach nur diese einzelnen Partikel. Stelle ich Newtonian nochmal ein. Es gibt ja noch drei andere Arten. Also Beuys ist ganz interessant und Fluid, aber darauf möchte ich in dieser DVD nicht eingehen. Das führt zu weit. Also wir bleiben mal bei den Newtonian Physics. Deswegen klappe ich die wieder ein. Rendereigenschaft ist noch sehr interessant, denn hier können Sie einstellen, welches Material diese Partikel verwenden, aber auch wie die angezeigt werden. Also zum Beispiel, wenn man das jetzt rendert, ich gehe jetzt mal hier zu Frame 39 und schaue durch die Kamera und drücke auf Render, dann sehen Sie, dass diese Partikel jetzt so kleine leuchtende Kugeln sind. Und das sind die sogenannten Halos. Man kann das aber auch umstellen, wenn einem das nicht gefällt, sodass jetzt hier keine Halos verwendet werden, sondern zum Beispiel ein Object. Also wenn ich hier zu Objekt gehe, dann kann ich hier auswählen, welches Objekt von diesen Partikeln dupliziert wird. Und um Ihnen das zu demonstrieren, erzeuge ich mal ein neues Objekt. Und zwar nehmen wir da natürlich unseren Monkey. Diesen Monkey, den lasse ich jetzt mal so liegen und schaue, was passiert, wenn ich bei dem Partikelsystem einstelle, dass als Objekt hier der Monkey verwendet wird. Und siehe da, es regnet kleine Susannes. Also hier haben wir jetzt tausende von kleinen Affenköpfen. Das ist also ein sehr netter Effekt. Diese Größe, die können Sie verändern, zum einen, indem Sie das Objekt in der Größe verändern, welches hier dupliziert wird. Sie können sogar in den Edit-Modus gehen und die ganzen Partikel hier im Edit-Modus bearbeiten. Also das, wenn man das will, da kann man hier was ausprobieren. Und Sie sehen hier auch, wie Interaktiv-Blender geworden ist. Also während das hier simuliert wird, kann ich die Geometrie editieren, kann STRG-Z drücken. Also das ist alles interaktiv und geschieht parallel zu dieser Partikel-Animation. Und ich gehe jetzt mal wieder zurück zu unserem Emitter. Denn Sie können hier die Größe auch über diese Regler einstellen. Also nicht nur das Objekt können Sie in der Größe verändern, sondern können auch hier einstellen, welche Größe verwendet wird für dieses Objekt. Und weil mir das ein bisschen zu langsam wird, hier gehe ich mal zu Emission und verwende keine 10.000, sondern reichen uns mal 250 Partikel. So, schon viel besser. Jetzt mit Umschalt-Linker-Maus-Taste gehe ich wieder zurück zu Frame 1, wähle wieder meinen Emitter aus und gehe dann hier bei Render nochmal hin und setze die Größe auf 0,1. Und zusätzlich möchte ich noch eine Zufallsgröße einstellen mit einem Zufallswert, also 100% Zufall. Das heißt, jedes Partikel wird anders groß dargestellt. Also wenn ich nochmal die Größe etwas vergrößere, dann haben Sie hier ein paar Köpfe, die größer sind und ein paar, die kleiner sind. So, und dann gibt es hier noch viele weitere Einstellungen, zum Beispiel die Field Weights, also die Feldgewichtung. Und wenn ich das mal ausklappe, dann sehen Sie, dass Sie hier unter anderem einstellen können, wie stark sich die Schwerkraft auf die Partikel auswirkt. Sodass, wenn ich jetzt mal in einem Partikelsystem sage, dass also die Schwerkraft, die Gravity keinen Einfluss hat, also 0, dann, wenn ich das jetzt nochmal animiere, dann fallen die hier auch nicht wirklich raus, sondern bewegen sich nur mit der Geschwindigkeit, die ich bei der Velocity angegeben habe. Und da es keine Schwerkraft gibt, werden die Partikel, nachdem sie hier von der Fläche wieder zurückreflektiert worden sind, werden die auch nicht mehr von der Fläche hier angezogen, sondern werden dann unendlich weit hier nach oben fliegen. Also, wir sind jetzt gerade im Weltraum, aber da mir das jetzt zu gefährlich ist, stelle ich die Schwerkraft wieder auf den normalen Wert ein. Und wo wir schon mal bei der Schwerkraft sind, das können Sie auch einstellen, nämlich hier in den Szeneneinstellungen. Wenn Sie das mal alles einklappen, dann finden Sie irgendwann hier die Einstellung Gravity. Also können auch zum Beispiel ausstellen, dass die Schwerkraft überhaupt verwendet wird und jetzt fliegen die wieder hier so nach oben. Wenn man aber Gravity eingestellt hat, dann kann man hier die negative Beschleunigung entlang der Z-Achse einstellen und das ist minus 9.81. Und das sind die typischen Schwerkraftverhältnisse, die wir hier auf der Erde auch haben. Und hier mit diesem Partikelsystem kann man natürlich eine Menge Spaß haben und viele interessante Effekte erzeugen. Eine Besonderheit von dem Partikelsystem ist, dass man statt einzelnen Partikeln auch Haare verwenden kann. Sodass, wenn ich jetzt unserem Monkey hier eine Frisur verpassen will, sodass ich dafür das Partikelsystem vom Blender verwenden kann. Also ich gehe jetzt hier, ich habe den Monkey ausgewählt, gehe zu den Partikeleinstellungen, erstelle ein neues Partikelsystem und ändere den Typ von Emitter zu Hair und sofort sehen Sie, dass jetzt hier lauter Spaghettis aus dem Kopf rauskommen. Also das sieht natürlich noch nicht aus wie Haare, sind aber diese Haarpartikel und vielleicht kann man vorher nochmal eine Subdivision Surface verwenden, damit das etwas glatter wird hier. So. Und jetzt kann man die Länge der Haare einstellen und zwar wiederum hier in dem Emission Panel. also nehmen wir mal statt 4 0,3 oder vielleicht etwas länger, vielleicht so. Das könnte also eine gute Haarlänge sein und wenn Sie wollen, können Sie auch die Anzahl der Haare verändern, aber für den Anfang ist 1000 erstmal genug. Denn die Besonderheit von diesen Haarpartikeln ist, dass Sie nicht nur die einzelnen Hauptpartikel verwenden können, sondern dass man zu diesen Hauptpartikeln auch die Children hinzufügen kann. Also dass jedes Partikel, jedes Haupthaar im wahrsten Sinne des Wortes auch virtuelle Extrahaare erzeugen kann, die sogenannten Children Particles. Und das stelle ich jetzt ein von None auf Interpolated, damit zwischen diesen Haupthaaren interpoliert wird und jedes Haar jetzt mehrere, nämlich bis zu 100 Children Particles emittieren kann. Und auch hier gibt es wieder die Unterscheidung, wie viele Haare werden gerendert, nämlich in dem Fall 100.000 oder wie viele Haare werden angezeigt im Display. Also das kann man hier einstellen, wie viele von diesen Children angezeigt werden. Wenn Sie hier die volle Anzahl, also 100.000 Haare verwenden, dann kann das irgendwann die Performance von Blender auch beeinträchtigen. Also 10 ist eigentlich eine gute Voreinstellung. Und damit das jetzt nicht so gleichförmig aussieht, will ich zunächst mal eine Zufallslänge erzeugen. Also damit nicht alle Haare gleichmäßig lang sind, kann man hier bei den Rendereigenschaften zu dem Random Slider gehen und hier einen Zufallswert vergeben. Also vielleicht so 0,7 sieht ganz gut aus. Also jetzt sind schon mal die Haare nicht alle gleich lang. Aber jetzt sieht das Ganze noch etwas merkwürdig aus, denn jetzt kommen hier auch aus den Augen und aus den Ohren und überall kommen diese Haare raus. Und das will ich natürlich nicht. Deswegen wäre der nächste Schritt jetzt erstmal zu beschränken, welche von diesen Flächen überhaupt Haare imitieren können. Und Sie können es sich schon denken, dafür können wir natürlich unsere Vertex Groups verwenden. Das heißt, ich gehe jetzt in den Edit Mode und wähle jetzt alle die Faces aus, die Haare imitieren sollen. Und das mache ich mal aus der Seitenansicht, gehe in den Wireframe Modus und wähle vielleicht im Face Select Mode mit dem Lasso Tool, also STRG, linke Maustaste, alle diese Faces aus. Das hier auch. So, das sieht mir ganz gut aus. Drücke jetzt STRG, um diese Faces einer Vertex Gruppe hinzuzufügen, also Assign to New Group. Und wenn Sie jetzt mal in der Object Data gucken, dann sehen Sie, hier wird jetzt also eine Vertex Group verwendet. Die nenne ich jetzt mal Haare und kann jetzt in den Partikeleinstellungen ganz runter scrollen, denn hier gibt es jetzt die Einstellung Vertex Groups. Und bei Vertex Groups kann ich jetzt auswählen, dass die Density, also die Dichte der Haare, beeinflusst wird von der Haargruppe. Wenn man will, kann man das auch umkehren, aber will ich jetzt nicht. Also die Haare beeinflussen die Dichte, die Density und wenn ich mir das mal im Weight Paint Modus anschaue, dann sehen Sie auch, das ist jetzt alles rot und durch dieses Weight Painting könnte man jetzt auch noch abstufen, dass bestimmte Faces mehr Haare und andere wenige Haare imitieren. Zum Beispiel haben wir jetzt immer noch die Ohren, die mir hier noch zu viele Haare imitieren, aber statt das jetzt mit dem Subtract Brush zu machen, geht das in dem Fall schneller im Edit Modus. Also schaue ich mal von vorne drauf, alles abwählen und jetzt wieder STRG, linke Maustaste, Ohren auswählen, so, C, Circle Select, rechte Maustaste, so, jetzt hier in der Object Data habe ich also meine Vertex Group und klicke jetzt auf Remove, damit alle diese Vertices von dieser Vertex Gruppe abgezogen werden und wenn ich jetzt zurück in den Weight Paint Modus gehe, dann sehen Sie auch, die Ohren sind jetzt blau und Haare wachsen hier auch nicht mehr. Also Ziel erreicht, wir können den Weight Paint Modus wieder verlassen und das nächste wäre, aus diesem Haarbündel jetzt noch eine Frisur zu machen und eine ganz wichtige Sache für eine Frisur ist natürlich, man braucht einen Kamm und daher wäre der nächste Schritt jetzt, wir gehen vom Object Mode in den Partikel Modus und Sie sehen ja auch, das Icon für den Partikel Mode ist dieser kleine Kamm hier und im Partikel Mode werden die Children zunächst nicht angezeigt. Das hilft natürlich die Performance zu verbessern, wenn Sie aber die Children trotzdem sehen wollen, dann können Sie hier runtergehen und dann bei Children auch die Kind Partikel anzeigen lassen und ich gehe jetzt mal Fullscreen damit wir mehr Platz haben, also Umschalt Leertaste und will jetzt die Haare aber wieder ausblenden, also klicke ich hier drauf und wähle mir jetzt meinen Kamm aus, also hier Komp wie Kämmen und diesen Kreis, den kennen wir schon vom Weight Painting und vom Texture Painting und vom Sculpting, also hier mit diesem Kreis mit meiner Maus kann ich jetzt hier Kämmen aus irgendeinem Grunde kommen jetzt hier aus den Ohren doch wieder Haare raus es kann also sein, dass da irgendwas nicht geupdatet worden ist aber das macht gar nichts, die können wir einfach abschneiden und zwar indem ich jetzt hier den Pinsel wechsle also gehe ich jetzt hier von Comp zu Cut und kann jetzt hier bei den Ohren alle diese überflüssigen Haare abschneiden also so und auch hier die kann ich auch abschneiden und kann jetzt hier weiterarbeiten indem ich die Haare wieder kämme oder indem ich die Länge ändere also wenn die hier länger werden sollen dann gehe ich zu dem Length Brush und kann hier jetzt die Länge verändern kann die auch wieder abschneiden und so kann man hier also wunderbar seine Frisuren erstellen dann schauen wir nochmal wie das mit Children aussieht so und da möchte ich jetzt also das noch etwas nach hinten kämmen so wunderbar okay also das ist jetzt unsere Frisur daher verlasse ich wieder den Particle Modus zum Object Mode dann Umschalt Leertaste und möchte jetzt noch etwas an den Haaren ändern denn bis jetzt sind mir die noch hier zugleichmäßig obwohl wir hier gekämmt haben aber das ist mir noch alles zu parallel und das kann man ändern indem man hier bei den Children Einstellungen die Roughness einstellt also die Rauheit oder die Unordnung so jetzt gibt es hier drei verschiedene Einstellungen also einmal Uniform wenn ich das verändere dann sehen Sie also hier tut sich was und das kann man noch beeinflussen mit der Größe also wenn ich hier die Size ändere dann kann ich diese Art wie diese Uniform Roughness die Haare beeinflusst kann man also hier noch ändern Endpoint Roughness also die Haarspitzen kann man hier noch beeinflussen und auch hier wieder mit der Größe spielen und damit auch den Einfluss verändern wenn Sie hier eine Feineinstellung vornehmen wollen also mit dem Slider hier das geht ja relativ schnell wenn Sie hier eine Feineinstellung vornehmen wollen dann können Sie während Sie hier gedrückt halten und diesen Slider betätigen können Sie jetzt noch die Umschalttaste drücken und die Umschalttaste die bringt Sie in den Feineinstellungsmodus das ist überall im Blender der Fall also selbst wenn Sie hier G drücken können Sie jetzt hier auch eine Feineinstellung vornehmen indem Sie jetzt die Umschalttaste gedrückt halten und haben jetzt hier also eine sehr feine Einstellung für die Positionierung aber das funktioniert wie gesagt auch hier bei den Reglern sodass man hier also auch bei ganz kleinen Werten hier viel Kontrolle hat so und jetzt schauen wir mal durch die Kamera 0 und rendern das und Sie sehen Blender hat hier eine ganze Weile zu tun besser überhaupt anfängt zu rendern und wie hart sieht das Ganze noch nicht aus also das sind eher wie so Spaghetti also das möchte ich jetzt erstmal ändern auch die Beleuchtung gefällt mir nicht und deswegen gehe ich jetzt mir hier mal kurz hin nehme die Lampe mache hieraus ein warmes Licht und vielleicht sogar einen Spot und dann dupliziere ich diesen Spot Shift D rotiere den dass der hier in die andere Richtung leuchtet macht er aus ein kaltes Licht schauen wir mal wie das aussieht oh gruselig so also ganz schnell wunderbar aber trotzdem die Haare sehen noch merkwürdig aus und das ist also jetzt der nächste Schritt dass man die Haare verändert und zwar so dass sie auch wie Haare aussehen und das macht man über das Material also wähle ich nochmal meinen Emitter aus den ich auch mal auf Smooth Shading stellen will so habe ich jetzt also den Emitter ausgewählt gehe zu meinen Materialien erstelle dann zunächst mal ein Material für die Haut denn auch das muss man hier einstellen geht also hier mache hier eine Hautfarbe mit weniger Specularity auch mit weniger Hardness habe jetzt also hier ein Haut Material und wenn man das jetzt rendert dann würde Blender auch für die Haare dieses Haut Material verwenden und wenn man jetzt aber eine andere Materialität haben will für die Haare dann brauche ich natürlich ein zweites Material also gehe ich nochmal hier hin das ist jetzt die Haut klicke auf das Pluszeichen erstelle ein neues Material das sind die Haare die Haare könnten vielleicht so bräunlich sein auch etwas weniger glänzen so zum Beispiel vielleicht auch leicht eingefärbt sein so so aber wie weise ich jetzt dieses Haarmaterial den Haaren zu denn hier wenn ich jetzt in den Edit Modus gehe dann kann ich dieses Material ja wiederum nur den Vertices zuweisen und das will ich nicht und dieses Material kann ich jetzt in den Partikeleinstellungen zuweisen gehe also wieder zu meinem Partikelsystem dann im Render Panel und kann jetzt hier einstellen dass das Material das für die Haare verwendet wird der Material Index 2 ist so und hier sehen sie jetzt hat sich auch die Farbe geändert von den Haaren und während wir jetzt hier in dem Render Panel sind möchte ich gleich noch eine weitere Eigenschaft einstellen denn man kann die Haare auch als sogenannte Strands also als Strähnen rendern lassen deswegen mache ich jetzt hier ein Häkchen und wenn ich jetzt mal auf F12 klicke dann sieht das zwar immer noch nicht wirklich wie Haare aus rendert aber schon mal deutlich schneller das ist nämlich eine ganz spezielle Art der Haar Berechnung wenn die Haare nicht als Strands gerendert werden dann werden daraus Vertices erstellt und Sie sehen hier die Vorbereitung von diesem Raytree die braucht jetzt etwas länger sieht auch etwas anders aus aber Strand Render ist eben für Haarmaterial wunderbar geeignet also mache ich jetzt hier ein Häkchen bei Strand Render und kann jetzt noch ein bestimmtes Strähnen ein Strand Material einstellen gehe also wieder zurück zu meinem Material und wenn ich mal runterscrole dann finden sich auch die Strähnen Optionen und zwar Root und Tip also Wurzel und Spitze bei Haaren ist häufig die Haarspitze etwas dünner also würde ich hier Root also die Haarwurzel bei 1 also bei 100% Breite lassen und bei Tip ziehe ich das ganz nach unten und das ist 25% rendere das nochmal und jetzt sehen Sie also hier wie die Haare schön dünn zulaufen zur Spitze hin aber trotzdem eine Sache fehlt mir noch denn Haare sind in der Regel etwas transparent deswegen ist die nächste Einstellung die ich hier vornehmen will die Transparenz mache also ein Häkchen hier ganz wichtig dabei es muss natürlich das Haarmaterial ausgewählt sein nicht die Haut also bei dem Haarmaterial aktiviere ich jetzt hier Z Transparency den Raytrace brauchen wir hier nicht also Z reicht hier vollkommen aus und setze erstmal den Alpha Wert auf 0 so wenn man das jetzt rendert dann sind die Haare natürlich weg denn Alpha Wert 0 heißt die Haare sind total transparent und nur die Specularity wird hier angezeigt aber das können wir schnell ändern indem wir eine Textur vergeben und in dieser Textur möchte ich einen Farbverlauf angeben also New Texture und zwar vom Typ Blend also ein Farbverlauf der hier von links nach rechts geht und hier möchte ich noch die Farbe einstellen deswegen gehe ich zu Colors und hier aktiviere ich Ramp also die Color Ramp der Farbverlauf von links nach rechts wobei links ist die Haarwurzel und rechts ist die Haarspitze jetzt kann ich für die Haarwurzel eine Farbe einstellen klicke also hier rein lasse Alpha bei 0 in der Regel sieht das häufig ganz gut aus wenn die Haarwurzel so etwas mehr transparent ist und die Farbe braucht dabei nicht schwarz sein die Farbe stelle ich hier mal auch auf so ein dunkles Braun mal gucken das müssen wir mal ausprobieren wie das aussieht und jetzt brauchen wir noch eine weitere Farbe hier in der Mitte also klicke ich auf Add das erzeugt mir hier in der Mitte jetzt einen neuen Farbwert diesen Farbwert den wähle ich direkt aus und ziehe den hier nach links in Richtung der Haarwurzel und kann hier jetzt die Farbe einstellen das ist also so ein Blond Braun vielleicht etwas dunkler aber total deckend also Alpha muss hier 1 sein und hier rechts die Haarspitze auch die kriegt eine Farbe also vielleicht so ein etwas helleres Blond aber auch total transparent und dieser Farbverlauf der muss jetzt gemappt werden entlang der Strähne deswegen gehe ich jetzt hier mal zu Mapping und bei den Koordinaten wähle ich jetzt hier statt Generated wähle ich jetzt aus Strand also jetzt wird dieser Farbverlauf entlang der Strähne entlang der Strand gemappt und natürlich brauchen wir einmal die Farbe aber auch den Alpha Wert und wenn ich das jetzt rendere dann haben wir hier jetzt also diesen Farbverlauf der hier von relativ transparent bei der Haarwurzel verläuft über diese Farben bis hin zur Spitze und bei der Spitze wird es jetzt hier wunderbar transparent sodass wir jetzt hier diesen haarähnlichen Effekt kriegen leider sieht die Haarfarbe furchtbar aus deswegen muss ich nochmal die Farbe ändern also vielleicht hier etwas bräunlicher jawohl das sieht schon viel besser aus und indem wir jetzt diesen Farbverlauf noch in der Richtung verändern also ob der eher an der Wurzel ist oder eher an der Haarspitze kann man jetzt hier noch einstellen und kontrollieren wie dieser wie dieser Farbverlauf entlang der Haare geht man kann auch noch mehrere Farben verwenden man kann auch diese Texturen noch kombinieren mit anderen Texturen also so hat man hier sehr viel Kontrolle darüber wie genau die Haare hier aussehen eine weitere sehr interessante Art der Simulation im Blender ist die sogenannte Softbody Simulation und diese Softbodies also die weichen Körper die finden Sie hier im Physics Panel und hier kann man jetzt für ein ausgewähltes Objekt die entsprechenden physikalischen Eigenschaften einstellen also in dem Fall möchte ich jetzt dass dieser Würfel zu einem Softbody wird also klicke ich jetzt hier mal drauf und hier erscheinen jetzt die Eigenschaften für diesen Softbody und den Effekt von diesen Softbodies den sehen Sie nur wenn Sie die Animation starten also wenn ich hier mit der Maus im 3D Viewport mal Alt A drücke dann sehen Sie wie dieser Würfel jetzt anfängt zu wackeln und wenn ich den jetzt mal nehme mit G und bewege und die Maus mal ein bisschen stärker bewege dann federt dieser Würfel hier jetzt so hin und her nun das ist jetzt im Moment noch keine sonderlich interessante Eigenschaft aber man kann das noch modifizieren und zwar einmal kann man hier die Masse einstellen die Geschwindigkeit und so das interessiert mich jetzt aber mal nicht ich klappe das jetzt ein und stattdessen schauen wir uns mal den Softbody Goal an und dieses Goal oder auch die Zielsetzung der Zielpunkt von dieser Simulation den kann man hier einstellen indem man eine Vertex Gruppe auswählt und jetzt gehe ich erstmal kurz in den Edit Modus wähle hier die obere Fläche aus drücke STRG um die einer neuen Vertex Group hinzuzufügen und kann diese Vertex Gruppe jetzt diesen Goal Einstellungen hinzufügen also sage ich jetzt Group und wenn ich jetzt nochmal Alt A drücke dann sehen Sie das hat sich jetzt etwas geändert jetzt wackelt hier nur noch diese untere Fläche und wenn ich jetzt nochmal G drücke dann bleibt jetzt die obere Fläche die in dieser Vertex Group ist die bleibt jetzt hier stabil und nur die Vertex die da unten dran hängen die wackeln hier jetzt so rum und diesen Effekt den kann man vielleicht besser demonstrieren mit einem anderen Modell also lösche ich jetzt mal den Würfel und nehme stattdessen wieder unseren Monkey Head also so und auch hier brauche ich jetzt wieder zu also Steuerung Tabulator 3 nochmal Laster Select so Steuerung G Assign to New Group und auch hier Softbody einstellen und bei Softbody Goal die Gruppe auswählen und wenn ich jetzt nochmal im Solid Mode Alt A drücke dann sehen Sie wie das jetzt steif bleibt und nur das Gesicht wabert jetzt hier so durch die Gegend und das ist also ganz nett um solche weichen Körper zu erzeugen auch zum Beispiel wenn Sie eine Animation haben zum Beispiel von dem Charakter wenn der Bauch wenn der jetzt auch so wackeln soll dann muss man das nicht unbedingt animieren dann kann man dazu auch diese Softbodies verwenden allerdings kann es halt auch etwas dauern bis man hier die richtigen Einstellungen gefunden hat denn das Problem bei diesen Simulationen ist dass die von vielen Faktoren abhängen zum Beispiel auch von der Stärke von diesem Goal wenn das jetzt auf 1 steht dann wackelt das nur noch ganz wenig beziehungsweise gar nicht und hier kann man also mit verschiedenen Einstellungen immer ganz unterschiedliche Effekte erzielen und es kann wie gesagt etwas dauern bis man hier die richtige Einstellung gefunden hat also hier kann man sich immer diese Einstellung mal zu Gemüte führen steife Quader auswählen Push Pull erhöhen man kann hier Edge und Face Collision einstellen man kann auch was man einstellen kann aber es ist eben ganz nett um hier solche Effekte zu erzielen eine andere Sache die man mit diesen Soft Bodies auch erreichen kann ist dass man diese Soft Bodies wie einen Gummiball aufspringen lassen kann wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fläche erzeuge also Umschalt A Add Mesh Plane S20 dann kann ich wie schon bei den Partikeln auch dieser Fläche sagen dass sie ein Kollisionsobjekt ist auch wiederum indem ich hier zu den Physics Eigenschaften gehe Collision aktiviere und jetzt wieder zu meinem Würfel gehe den Würfel bewege ich jetzt etwas nach oben auch der Würfel wird ein Softbody aber statt dass ich jetzt hier ein Goal einstelle mache ich einfach das Häkchen raus denn wenn man das Häkchen bei Softbody Goal rausnimmt und Alt A drückt dann fällt der Würfel jetzt runter und wenn der mit diesem Collision Objekt kollidiert dann springt er hier auf und kann sich jetzt also hier so deformieren bis er dann flach auf dem Boden liegt nun dass der Würfel hier so in sich zusammen fällt das würde ich gerne ändern und das kann man tun indem man die Edges Einstellungen öffnet und indem man hier Stiff Quads also steife Quader aktiviert denn selbst wenn ich jetzt den Würfel hier mit R einmal drehe und nochmal Alt A drücke dann springt er jetzt auf diesen Quadern auf und diese Quader sind jetzt etwas elastisch und daher habe ich jetzt hier so einen Gummiwürfel und wenn man jetzt mehrere Würfel hat dann kann man die jetzt auch wie so eine Reihe von Gummibällen hier auftreffen lassen und dann springen die jetzt so hin und her also ein ganz netter Effekt und im Moment wird dieser Effekt noch in Echtzeit berechnet das heißt jedes Mal wenn diese Animation hier abgespielt wird wird die Simulation aufs Neue berechnet das ist natürlich praktisch solange Sie hier die Einstellungen verändern doch wenn Sie einmal die richtigen Settings hier gefunden haben dann wäre es natürlich viel praktischer wenn man diese Simulation einmal fertig berechnet und danach einfach nur noch von der Festplatte abzuspielen braucht und genau dafür können Sie den Softbody Cache verwenden und hier im Softbody Cache da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten einmal kann man den Cache einfach nur in den Arbeitsspeicher laden wenn man etwa die Simulation einfach nur mal kurz anschauen will ohne sie neu zu berechnen und die andere Möglichkeit ist dass man diese Animation auf die Festplatte speichert und diesen Prozess des Speicherns auf der Festplatte den nennt man Bacon also die Simulation wird gebacken und als gebackenes fertiges Objekt auf der Festplatte abgelegt vorher will ich aber mal kurz diesen Arbeitsspeicher ausprobieren und das ist der Quick Cache wenn ich hier ein Häkchen mache dann kann ich jetzt hier für jeden zehnten Frame oder auch wenn ich Animation im Arbeitsspeicher ablegen lassen und Sie sehen dass hier also jetzt diese rote Linie entsteht das heißt hier ist für jeden Frame die Animation fertig berechnet und wird hier nur noch abgespielt und zwar aus dem Arbeitsspeicher heraus und das ist zwar und dann speichere ich die mal hier bei Softbody und nehme jetzt mal das Häkchen bei QuickCache raus und mache stattdessen ein Häkchen bei DiskCache und da hier jetzt das Häkchen bei UseLibPath also UseLibraryPath also dem Pfad verwenden wo auch ihre Datei gespeichert ist kann ich jetzt also einfach bacon und jetzt sehe ich auch nicht hier was passiert aber Sie sehen am Cursor ist und diese Linie ist jetzt dunkelrot sodass wenn ich jetzt hier Alt A drücke dann wird hier nichts berechnet dann wird einfach von der Festplatte abgespielt und diesen Cache den kann man sich auch mal anschauen also hier in meinem Dateiordner gibt es jetzt einen neuen Ordner namens BlendCache unter Strich Softbody und hier drin liegt jetzt für jeden Frame eine Datei mit der Endung B FIS also Blender Physics Datei und hier ist für jeden Frame berechnet wie diese Simulation aussieht und das ist eben dieser Cache und wenn ich jetzt etwas an meiner Simulation verändern will neu einstellen will dann muss ich diesen Cache diesen Bake erstmal befreien deswegen gibt es hier diesen Button Free Bake und jetzt kann ich etwas ändern und danach nochmal neu Baken das heißt neu berechnen und diesen Cache den finden sie bei fast allen Simulationen und diesen Cache den gibt es eigentlich bei fast allen Simulationen deswegen werden sie diese Einstellungen nicht nur beim Softbody finden sondern auch bei Cloth bei Smoke bei Fluid und bei einer ganzen Reihe von anderen Simulationen in Blender Eng verwandt mit der Softbody Simulation ist die Cloth Simulation also die Kleidung Simulation und Kleidung besteht ja in Stück Stoff das möchte ich mir jetzt auch mal erzeugen also Shift A Add Mesh Plane das bewege ich mal ein bisschen nach oben mache ich auch ein bisschen größer und kann ich jetzt hier wenn ich zu meinen Physics Buttons gehe auch Cloth einstellen so wenn ich jetzt Cloth einstelle und Alt A drücke dann fällt dieses Stück Stoff einfach nach unten also es scheint ein Kollisionsobjekt zu fehlen und dann nehme ich jetzt mir doch mal diesen Würfel und stelle hier ein Kollision und drücke jetzt noch mal Alt A und jetzt fällt dieses Stück Stoff auf diesen Würfel drauf und deformiert sich hier ganz komisch und das liegt daran dass diese Simulation mit den Vertices geschieht und wenn ich mir nochmal diese Ebene anschaue dann haben wir nur vier Vertices das heißt wenn jetzt diese Fläche auf diesen Untergrund auftrifft dann kann hier nicht viel passieren weil uns einfach die Auflösung fehlt aber das kann man ja schnell ändern deswegen drücke ich jetzt einmal W für das Specials Menü also W1 Subdivide stelle jetzt die Number of Cuts auf 10 und vielleicht nochmal W1 und nochmal W1 damit wir hier genug Details haben und das ist also jetzt eine schöne Unterteilung 2000 Vertices das sollte doch ausreichen für eine schöne Simulation deswegen gehe ich jetzt mal aus dem Edit Modus wieder raus drücke Alt A und siehe da hier fällt jetzt dieses Stück Stoff schön auf diesen Würfel und damit haben wir jetzt eine schöne Tischdecke auch hier wird diese Simulation berechnet und im Arbeitsspeicher geladen deswegen sehen Sie hier jetzt diese blaue Linie wenn Blender mit der Simulation fertig ist dann wird auch hier die FPS also die Frame Anzahl wie viele Frames pro Sekunde abgespielt werden das wird jetzt wieder bei der normalen Anzahl 24 sein denn jetzt wird einfach nur noch abgespielt aus dem Arbeitsspeicher und haben jetzt hier also unsere schöne Kleidung Simulation so wenn man die Simulation noch verbessern möchte dann kann man einmal die Ebene unterteilen das wird natürlich viel mehr Details bringen aber man kann auch vorher nochmal die Einstellungen ändern wie sich deswegen gehe ich jetzt mal hier rüber zu meinen Einstellungen und kann jetzt hier bestimmte Dinge verändern zum einen kann man hier ein Preset auswählen also Cloth ist hier eines der wenigen Dinge von Blender wo es Presets gibt jetzt klicke ich mal drauf es gibt zum Beispiel ein Preset für Cotton also für Baumwolle für Jeans für Leder oder für Seide wenn ich mal Leder auswähle dann sehen sie dass sich hier bestimmte Dinge verändert haben die Structural Stiffness und Bending haben sich hier ganz stark verändert wenn ich mal auf Silk gehe also auf Seide dann ist das also deutlich anders aber schauen wir es doch mal an was passiert wenn ich hier Leder auswähle geht es also erstmal zu Frame 1 mit Umschalt Pfeil links drücke jetzt Alt A und das verhält sich also schon deutlich anders als vorher das ist also viel steifer jetzt also wir haben jetzt hier nicht so viel kleine Falten Bildung sondern das fällt hier über diesen Tisch also über diesen Würfel drüber wie ein relativ steifes Stück Leder die Frames sind hier gerade bei 3,6 also das wird gerade in Echtzeit berechnet daher dieses langsame abspielen aber wenn ich mal Escape drücke und hier nochmal Alt A dann wird also alles was schon berechnet worden ist wird hier einfach nur noch abgespielt haben hier also schön unser Lederstück was hier über diesen Würfel drüber fällt und wenn ich das mal ändere von Preset Leather zu Silk also Seide auch dann ändert sich nochmal was und das fließt jetzt also ganz weich über diesen Tisch drüber und das Problem hierbei ist im Moment kollidiert dieses Stück Seide zwar mit dem Tisch aber hat noch keine Self Collision also keine Selbst Kollision das heißt wenn ich mir das mal genau anschaue dann sieht man dass hier dieses Stück Stoff sich auch selbst durchdringt und das daher gehe ich zu den Cloth Einstellungen scroll etwas runter öffne jetzt Cloth Collision und kann hier noch einstellen Self Collision also Selbst Kollision und wenn ich mir das mal anschaue dann sieht das schon etwas anders aus denn jetzt versucht Blender das so zu berechnen dass dieses Stück Stoff sich nicht selber durchdringt und auch hier gibt es natürlich Qualität Einstellungen und je höher die Qualität desto länger dort die Berechnung also mal die Collision Quality auf 4 Self Collision auf 2 dann die Simulations Qualität auf 10 und das sollte jetzt schon etwas länger dauern also also hier sind wir jetzt bei 2 Frames pro Sekunde aber das ist auch deutlich realistischer hier also hier versucht Blender jetzt wirklich diese Selbstkollision zu vermeiden und auf diese Weise können sie also Stoff simulieren nun gibt es hier noch Field Weights und 1000 Einstellungen aber da würde ich jetzt nicht drauf eingehen das führt zu weit aber eine Sache möchte ich Ihnen noch zeigen denn wenn Sie jetzt hier Ihre Tischdecke fertig simuliert haben dann hängt irgendwann diese Tischdecke so relativ realistisch an den Ecken hier runter und wenn Sie diese Tischdecke jetzt in einer Szene verwenden wollen dann muss es ja jetzt nicht immer aufs Neue simuliert werden denn in der Regel hängt eine Tischdecke einfach vom Tisch runter flattert nicht groß im Wind kann also ruhig statisch sein und damit können Sie natürlich ganz viel wertvolle Renderzeit und Rechenzeit sparen und wenn Sie jetzt diese Tischdecke in Ihre Szene haben und Alt A drücken dann wird die natürlich jetzt immer animiert Sie können das natürlich auch baken hier mit diesem Cloth Cache das ist genau das gleiche wie bei dem Softbody aber was man eben auch machen kann Sie können aus dieser Simulation tatsächliche Mesh Data erzeugen Einstellungen die finden Sie zwar ausschließlich hier drüben im Physics Kontext aber es ist eben ein Modifier und dessen Einfluss kann man auch hier für den Object Mode ein- oder ausschalten und man kann auch diesen Modifier Apply drücke dann sind die ganzen Einstellungen weg und wenn ich jetzt hier in den Edit Modus gehe dann ist das jetzt also tatsächliche Geometrie sodass wenn jetzt hier noch irgendwas nicht so ist wie ich das gerne hätte kann ich das bearbeiten zum Beispiel auch mit diesem Proportional Editing könnte ich jetzt hier diesen Vertex nehmen und hier die Ecke von dem Tischtuch noch etwas verschieben so jetzt setze ich das natürlich noch auf Smooth Shading und da man hier noch so ein paar von diesen Verzerrungen sieht kommt hier zusätzlich noch ein Subdivision Surface Modifier drauf also so und das ist jetzt schön hier meine Tischdecke diese Kleidung Simulation die kann man auch noch anders einsetzen also wenn ich jetzt hier mal dieser Fläche die ich schon unterteilt hatte im Edit Mode wenn ich hier jetzt nochmal diesen Cloth Modifier vergebe also Enable Physics for Cloth dann gibt es hier eine Einstellung die wir in ähnlicher Form schon von den Softbodys kannten nämlich hier ist das das Pinning also etwas fest pinnen und bei den Softbodys war das das Softbody Goal also wenn ich hier mal ein Häkchen mache dann kann ich hier eine Vertex Gruppe vergeben und diese Gruppe die würde dann dazu dienen diese ausgewählten Vertices fest zu pinnen so und das mache ich jetzt und kann hier eine Flagge erstellen und zwar indem ich jetzt hier diese Reihe von Vertices auswähle einer neuen Gruppe hinzufüge und kann jetzt im Object Mode diese Gruppe hier auswählen für das Pinning also Group und jetzt werden diese Vertices an dieser Gruppe fest gepinnt das heißt wenn ich jetzt Alt A drücke dann startet zwar die Simulation und alles fällt hier runter nur diese Vertices die bleiben also da wo sie waren und kann dabei natürlich wunderbar eine Flaggensimulation erzeugen ganz wichtig hierbei ist jetzt natürlich dass diese Flagge sich nicht selbst durchdringt also brauchen wir noch Self Collision deswegen gehe ich jetzt mal hier runter zu der Cloth Collision und aktiviere Self Collision mit einer etwas höheren Qualitätsstufe also Quality 2 drücke nochmal Alt A und habe jetzt hier also diese Flagge so weit so gut aber ganz typisch für eine Flagge ist ja die Flagge flattert normalerweise im Wind so wo kriegen wir jetzt den Wind her den Wind den können wir erzeugen durch ein Force Field durch ein Kraftfeld und diese Kraftfelder die kann man für jedes Objekt einstellen aber da in diesem Fall das Kraftfeld nichts anderes tun soll als Wind zu erzeugen nehme ich und dieses Kraftfeld das finden sie auch in den Physikseigenschaften also bei ausgewähltem Empty gehe ich jetzt hier rüber und kann hier ein Kraftfeld aktivieren viel mehr geht ja auch nicht für ein Empty also Enable Physics for Force Field und das Kraftfeld was ich jetzt hier erzeugen möchte ist ein ganz bestimmtes also kann ich hier den Typ ändern von Force zu Wind und dieser Wind der bläst hier entlang der Z Achse und damit der Wind jetzt diese Flagge bewegt möchte ich dieses Kraftfeld erstmal drehen also R Y und zwar soweit bis diese Ringe die meine Wind Richtung anzeigen in Richtung von der Flagge weisen und wenn ich jetzt Alt A drücke dann passiert erstmal nicht viel denn damit der Wind funktioniert braucht er eine gewisse Stärke also die Standard Stärke von 1 die reicht beim Wind in der Regel nicht aus also hier sollten sie nochmal kräftig dran ziehen und ab einer Stärke von so 70 80 100 sodass jetzt diese Flagge hier im Wind flattert neben Softbody Cloth und Collision gibt es noch drei weitere Simulationen nämlich Fluid Smoke und Dynamic Paint und ich will mal mit Smoke anfangen und um eine Rauch Simulation zu starten braucht man zwei verschiedene Objekte nämlich einmal die Domain und das Flow Objekt die Domain bildet dabei den Begrenzungsrahmen innerhalb dessen sich diese Simulation abspielt deswegen wähle ich jetzt mal diesen Würfel aus und damit diese Simulation etwas mehr Platz hat möchte ich den noch etwas mehr skalieren also S skalieren und damit dieser Würfel nicht so aus dem Boden ragt bringe ich den noch etwas nach und wähle jetzt Smoke und jetzt kann ich hier einstellen dass dieser Würfel die Domain ist und Sie sehen dass sobald man das einstellt verschwindet diese Oberfläche und man sieht nur noch die Drahtgitter und das liegt daran dass man später auch beim Rendering nicht die Oberfläche sieht sondern nur das volumetrische Material das dann diesen Smoke darstellt man braucht für diese Simulation noch ein zweites Objekt nämlich das Flow Objekt aber am einfachsten ist es wahrscheinlich einfach eine Fläche zu nehmen also deswegen Shift A Add Mesh Plane und dabei ist es wichtig dass dieses Flow Objekt hier innerhalb von der Domain liegt und dass auch nach unten etwas Platz ist so und um jetzt daraus ein Flow Objekt zu machen klicke ich hier auf Smoke und wähle dann Flow So und um jetzt diese Simulation zu starten drücke ich einfach Alt A und Sie sehen hier entstehen jetzt diese Rauch Partikel und dieser Rauch steigt jetzt hier langsam in die Höhe und jetzt kann man vielleicht auch sehen warum es so wichtig ist dass dieses Flow Objekt innerhalb von der Domain ist und dass hier nach unten etwas Platz ist denn wenn dieses Flow Objekt zu weit unten wäre dann könnten diese Rauch Partikel nicht mehr dargestellt werden weil sie dann außerhalb von der Domain wären also deswegen immer hier nach unten etwas Platz lassen und wie bei jeder Simulation gibt es hier auch einen Haufen Einstellungen mit denen man diese Simulation steuern kann zum Beispiel hier bei dem Flow Objekt die Temperaturdifferenz denn je heißer der Rauch ist desto schneller steigt er nach oben also wenn ich hier jetzt zum Beispiel 5 eintrage dann sehen sie wie dieser Rauch jetzt viel schneller nach oben steigt und je höher hier die Temperaturdifferenz ist desto schneller steigt dieser Rauch natürlich auch nach oben aber man kann auch den Rauch Partikeln eine Anfangsgeschwindigkeit vergeben also wenn ich hier Initial Velocity einschalte dann wird die Geschwindigkeit von dem Smoke Emitter verwendet also von diesen Partikeln also wenn ich hier bei Velocity etwas höheres eintrage als 1 nehmen wir auch mal 5 dann steigt dieser Rauch hier wirklich sehr schnell nach oben aber mir ist das jetzt ein wenig zu schnell deswegen setze ich und kann kann hier eine Resolution einstellen also im Moment wird dieser Würfel in 32 Rasterpunkte unterteilt und innerhalb von diesen Rasterpunkten kann jetzt pro Rasterpunkt ein Rauch Partikel diesen Rauch erzeugen sozusagen und je mehr von diesen Rasterpunkten wir haben desto besser ist natürlich die Qualität also wenn ich hier mal 48 einstelle dann dauert das jetzt natürlich etwas länger bis das hier berechnet wird aber das Raster ist auch kleiner und dadurch haben wir eine bessere Qualität so dadurch dass wir jetzt diese relativ hohe Geschwindigkeit verwenden stößt dieser Rauch sehr schnell an seine Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes und das kann man aber ändern indem man natürlich einmal die Domain größer macht oder die Geschwindigkeit verändert oder indem man hier Dissolve einstellt denn mit dieser Dissolve Einstellung die man bei der Domain vergeben kann wird eingestellt dass dieser Rauch verschwindet also hier sieht man jetzt wie dieser Rauch verschwindet also er verdampft gewissermaßen und deswegen wäre das eine gute Einstellung für Dampf statt Rauch so ich schalte das jetzt mal wieder aus mache also hier das Häkchen raus und damit bleibt der Rauch dann auch da und verschwindet nicht aber mir ist im Moment die Geschwindigkeit zu hoch und da ich jetzt nicht ständig zwischen der Domain und dem Flow Objekt hin und her schalten möchte indem ich hier diese Auswahl treffe kann man einen Trick verwenden denn ich mache hier mal etwas mehr Platz wenn man hier diesen Kontext von der Domain wenn ich den ständig sehen möchte egal was ausgewählt ist dann kann ich diesen Kontext für die aktuelle Auswahl pinnen also festlegen fest tackern und zwar mit dieser kleinen Stecknadel hier also wenn ich hier mal drauf klicke dann wird dieser Kontext von der Domain hier fest gepinnt so dass jetzt egal was ausgewählt ist ich jetzt immer diese Domain Einstellungen hier sehe also wähle ich jetzt mal das Flow Objekt aus und habe hier jetzt diesen Kontext lösen habe jetzt die Plain ausgewählt und nachdem ich jetzt hier die Plain habe kann ich auch die Plain festpinnen so dass ich jetzt hier egal was ausgewählt ist beide Einstellungen gleichzeitig verwenden kann ich mache mir mal etwas mehr Platz und habe jetzt also die Kontrolle über Domain und Flow Objekt und muss hier nicht ständig zwischen der Auswahl hin und her schalten um jetzt die Qualität dieser Simulation zu erhöhen kann man natürlich die Subdivisions höher einstellen und dadurch dass man jetzt hier das Raster feiner einstellt kriegen wir auch eine bessere Qualität aber statt jetzt hier diese Divisions zu verändern kann man auch hier unten ein Häckchen setzen bei Smoke High Resolution und damit werden automatisch hier diese kleinen Verwirbelungen erzeugt also man kriegt hier ähnlich wie bei den Subdivision Surfaces einen extra Level an Detaillierung und hat jetzt hier also schön diesen fein aufgelösten Smoke mit diesen kleinen Verwirbelungen also das sieht sehr viel besser aus als ohne aber natürlich dauert das auch länger zu berechnen und um das jetzt nicht immer aufs Neue berechnen zu müssen kann man genauso wie bei der Cloth und bei der Softbody Simulation auch und klappe das ein damit wir etwas mehr Platz kriegen und bei Smoke Cache kann ich jetzt wenn die Datei gespeichert ist eine Zwischenspeicherdatei anlegen also hier steht hier auch Cache ist disabled until the file is saved deswegen erstmal F2 und dann in meinen Scene Files speichere ich und wenn Blender dann mit dem Bacon fertig ist dann haben sie hier in der Timeline diese graue Linie also sehr passend für die Smoke Simulation da ist der Cache in Grau dargestellt und wenn ich jetzt mal Alt A drücke dann wird hier jetzt sehr schön fast in Echtzeit diese Rauch Simulation abgespielt nicht ganz allerdings also hier haben wir jetzt 13 Frames pro Sekunde denn diese Rauch Simulation betrachten und wenn ich jetzt mal F1 drücke also hier sind wir in dem Scene Files Directory und haben also den Blend Cache für Wind für Soft Body und natürlich auch für Smoke und wenn ich hier reinklicke dann sehe ich erstmal nichts das liegt aber daran dass gerade Filtering noch aktiviert ist also wenn ich hier mal Filter ausschalte dann sehen sie jetzt hier diese ganzen Dateien und hier kann man auch sehen dass jede einzelne von diesen Rauch Dateien also für jeden Frame haben sie jetzt eine Datei die 10 Megabyte groß ist also eine Rauch Simulation kann da sehr sehr viel Speicher wegnehmen und braucht dann natürlich auch entsprechend Zeit um berechnet zu werden und natürlich möchte ich unseren Smoke auch rendern und die Rendereinstellungen die müssen da für die Domain vorgenommen werden also ich gehe jetzt mal zu einem Frame wo wir etwas von diesem Smoke sehen also hier zum Beispiel und jetzt gilt es also ein Material zu erstellen das Blender rendern kann denn wenn ich jetzt mal F12 drücke dann sehen wir einfach nur diese schwarze Fläche also diesen schwarzen Würfel das heißt wir brauchen erstmal ein Material für diesen Smoke deswegen gehe jetzt mal hier hin entpinne diesen Cube und gehe zu dem Material und hier drüben entpinne ich die Plane und stelle Textur ein denn das ist auch ganz praktisch hier sowohl Material als auch Textur sehen zu können und stelle jetzt hier bei dem Material erstmal ein dass hier keine Oberfläche gerendert wird sondern das Volumen also das wäre hier ein volumetrisches Material und bevor wir jetzt hierzu kommen stelle ich jetzt noch die entsprechende Textur dazu ein denn noch weiß Blender nicht wo dieses Volumen her kommt also wenn ich jetzt das mal rendere dann haben wir hier so eine komische Oberfläche vielleicht gehe ich mal mit der Kamera etwas weiter zurück also noch wird hier nur der Würfel gerendert aber jetzt brauchen wir noch eine Textur so das heißt ich wähle jetzt wieder den Würfel aus und für Voxel Data sein also Voxel das wären diese kleinen Rauch Objekte oder diese Rauch Punkte und diese Voxel Data die kann ich jetzt einstellen dass die Informationen für diese Voxels von dem Domain Objekt kommen das heißt sobald hier Voxel Data aktiviert ist kann ich hier in dem Voxel Data Panel auswählen dass das Domain Objekt der Kubus ist also Cube und muss jetzt noch einstellen dass die Influence auch die Density also die Dichte betrifft und ganz ähnlich wie bei der Transparenz wo wir auch erst mal die Transparenz von dem Material auf 0 stellen mussten so ist das auch hier also hier müssen wir auch erst mal die Density also die Dichte von dem Material auf 0 stellen damit dann im zweiten Schritt diese Dichte von der Textur überschrieben werden kann also stelle ich das jetzt mal auf 0 und drücke F12 und hier sieht man jetzt ganz leicht diesen Rauch hier allerdings wirklich sehr sehr durchsichtig deswegen wenn ich jetzt hier bei Density Scale also die Skalierung der Dichte einen höheren Wert eintrage dann sieht man hier diesen Rauch jetzt schon besser und man kann diesen Effekt jetzt noch verstärken indem ich die Hintergrundfarbe auf schwarz einstelle also gehe ich jetzt mal zu meiner World und stelle hier ein bei Horizon Color schwarz und wenn ich das jetzt rendere dann sieht man diesen Rauch natürlich jetzt viel viel besser vielleicht kann man auch die Kamera mal besser einstellen also Kamera auswählen R XX GZZ so also nochmal rendern das ist also jetzt unser Rauch und diesen Rauch den könnte ich jetzt auch verwenden um nicht Rauch zu rendern sondern Feuer und zwar einfach indem ich die Textur ändere deswegen gehe ich jetzt mal wieder zu meinen Material Einstellungen und stelle hier erstmal für die Emission einen Wert ein also wenn ich hier bei der Emission den Wert 1 verwende und das rendere dann ist es jetzt sieht eigentlich aus wie Staub jetzt ist aber eben ein selbst leuchtender Rauch so und wenn man hier jetzt noch eine Textur drüber legt dann kann man das schön wie Feuer rendern deswegen gehe ich jetzt hier mal zu meinen Texture Einstellungen und damit jetzt nicht die Textur die wir hier gerade verwenden also diese Voxel Data damit die nicht die Farbe beeinflusst denn die Farbe die möchte ich mit einer anderen Textur beeinflussen also deswegen nehme ich jetzt hier dieses Häkchen raus wenn man das jetzt rendert hat sich jetzt nicht viel verändert aber dieser rosa Schein ist hier weg nochmal zum Vergleich wenn ich das jetzt rendere dann taucht jetzt hier diese rosa Farbe auf die wir hier schon kennen als rosa Warnfarbe aber die will ich jetzt nicht deswegen mache ich das Häkchen raus und gehe hier nach oben und in einem neuen Textur Slot verwende ich jetzt erstmal nochmal die Textur damit ich hier diese Voxel Data Einstellungen habe und dupliziere jetzt aber diese Textur indem ich hier auf die 2 klicke und hier will ich jetzt die Farben einstellen deswegen gehe ich jetzt hier zu meinem Colors Panel und gehe auf Ramp also Farbverlauf und füge erstmal eine neue Farbe hinzu die bewege ich jetzt hier nach links denn das hier soll die rote Farbe von Rot den Alpha Wert stelle ich auf 1 ich brauche hier keine Transparenz deswegen soll das hier bei 1 stehen bleiben und verwende jetzt noch eine Farbe denn Feuer wird ja erst rot und dann wenn das sich abkühlt wird das gelb oder vielleicht nicht abkühlt aber zumindest wenn es hochsteigt also diese typische gelbe Feuer Farbe auch die braucht keine Transparenz das könnte man etwas näher aneinander heranrücken also das ist vielleicht ein guter Start für eine Feuertextur und jetzt muss ich noch einstellen dass diese Farben sich auch auf das Material auswirken deswegen gehe ich hier erstmal runter zu Influence und habe hier das Häkchen bei der Emission Color aber auch bei der Intensität der Emission möchte ich ein Häkchen setzen und wenn ich das jetzt rendere dann sieht man hier diese weiße Farbe noch und um die jetzt noch weg zu kriegen kann ich hier den Blendwert von Mix auf Multiply stellen und wenn man das jetzt rendert dann haben wir jetzt hier ein Feuermaterial und weil das noch etwas dunkel ist würde ich hier den Wert der Emission noch erhöhen also wenn ich das mal auf 4 einstelle und rendere dann ist das ein schönes leuchtendes Feuer ganz ähnlich wie die Smoke Simulation funktioniert auch die Fluid Simulation denn beide verwenden dieses Smoke Objekt deswegen fange ich jetzt auch mal bei der Fluid Simulation mit diesem Würfel an skaliere den etwas größer und aktiviere hier Fluid und muss hier jetzt wieder einen Typ wählen und zwar wird das jetzt die Domain und die Flüssigkeitssimulation die kann man sich nicht einfach im Viewport anschauen mit Alt A die muss man immer Baken denn die Fluidsimulation die besteht wirklich aus Mesh-Daten und diese Mesh-Daten die müssen eben erstmal auf die Festplatte gebacken werden bevor man sie sich anschauen kann und bevor wir hier irgendwas simulieren können brauchen wir noch ein zweites Objekt also auch hier brauchen wir ein Objekt was uns erstmal das Wasser erzeugt also Shift A Add Mesh und dann nehme ich jetzt mal den Würfel denn hier gibt es wieder mehrere Methoden wie man Wasser erzeugen kann also erstmal auf Fluid gehen und jetzt muss man einen Typ auswählen und da kann man zum Beispiel auswählen dass es ein Fluid Objekt ist dass dieser Würfel also zu einem Tropfen Wasser wird also das wähle ich jetzt mal aus und ohne jetzt irgendwas anderes einzustellen drücke ich mal auf Bake und dieser Befehl der wird jetzt diese Mesh Daten erzeugen in dem Pfad der hier angegeben wird also in meinem temporären Verzeichnis drücke jetzt also Bake und es erscheint hier jetzt dieser verformte Würfel und hier oben sehen Sie die Fortschrittsanzeige wie weit Blender schon fortgeschritten ist denn im Moment ist es noch so dass bei der Fluid Simulation das heißt um jetzt zu schauen wie die Simulation aussieht während die Simulation noch berechnet wird kann ich mit den Pfeiltasten vor und zurück gehen und hier sehen Sie jetzt wie dieser Tropfen nach unten schwappt und dann hier wie in einem Aquarium auftrifft und dann hier so zerfließt wenn die Simulation abgeschlossen ist dann kann man sich das auch anschauen mit Alt A und damit man das von den Begrenzungen von der Domain zerfließt der jetzt hier auf dem Boden man kann statt diesem Fluid Objekt auch einen Inflow verwenden also ein Objekt aus dem heraus Wasser konstant in die Szene rein fließt deswegen wähle ich jetzt nochmal diesen Würfel aus gehe zu Typ und stelle hier ein Inflow und jetzt gibt es hier die Inflow Velocity und jetzt stelle ich einmal ein dass entlang der negativen Z Achse das Wasser hier rein fließt gehe zu Bild 1 und wähle die Domain aus und klicke hier wieder auf Bake und kann jetzt mit dem Pfeil Tasten mal gucken ob das funktioniert und jawohl also hier fließt jetzt aus diesem Würfel konstant Wasser in dieses Aquarium rein und wird das dann auch nach einer Zeit füllen jetzt ist mir dieser Würfel nur ein wenig zu groß also ich hätte gerne einen kleineren Wasserhahn deswegen drücke ich jetzt mal Escape um die Simulation abzubrechen wähle wieder den Würfel aus mache den etwas kleiner schaue ich mal im Wireframe Modus wie groß denn die Domain überhaupt ist aha also die geht bis hier oben vielleicht kann man die auch etwas größer machen und bewege jetzt auch diesen Würfel nach oben noch ein Stückchen also so wähle jetzt wieder die Domain aus und klicke auf Bake so jetzt springt es wieder zurück und fängt jetzt an hier von hier oben dieses Wasser in die Szene rein fließen zu lassen und kann hier schon Alt A drücken und alles das was schon gebaked worden ist das wird dann hier auch abgespielt also ein sehr schöner Effekt man kann hier natürlich die Qualität noch 90 das ist deutlich mehr als wir gerade hatten und sie sehen auch hier wie viel Memory also wie viel Speicher das verwenden wird und ich drücke jetzt nochmal auf Bake gehe zu Frame 1 und es scheint als hätte sich jetzt hier nicht viel verändert und das liegt daran welche Auflösung hier im Viewport verwendet wird denn wir baken gerade mit einer Auflösung von 96 aber auch mit 45 das haben eigentlich zwei Dateien also einmal die finale Rendereinstellung und die Einstellung für den Viewport und um jetzt hier mal zu schauen wie das final aussehen würde wechsle ich das jetzt von Preview auf final und haben jetzt hier also die Anzeige von der finalen Renderauflösung so und übermäßig toll ist das immer noch nicht deswegen breche ich das jetzt ab und stelle mal die Auflösung auf und hier sieht man jetzt dass der Speicherbedarf deutlich gestiegen ist aber da 67 Megabyte noch nicht übermäßig viel ist kann man vielleicht noch höher gehen jetzt versuchen wir mal 196 jetzt ist der Speicherbedarf schon sehr viel höher und jetzt klicke ich mal auf Bake und hier sieht man jetzt dass also ein Frame viel viel länger braucht als vorher also wir sind jetzt gerade erst bei Frame 3 und hier kann man also mit den Pfeiltasten jetzt nach und nach gucken wie sich hier diese Simulation abspielt so also Frame 7 ist immer noch nicht gebakt so jetzt sind wir auch bei Frame 7 also das dauert jetzt schon deutlich länger aber wir haben eben auch eine viel bessere Auflösung und man kann das natürlich noch verbessern indem man hier Smooth Shading verwendet dass man hier eine viel glattere Oberfläche hat und jetzt schauen wir mal mit den Pfeiltasten aha und das ist jetzt ein schöner Splash hier unten das ist also schon deutlich besser auch hier kann man die Qualität noch deutlich verbessern indem man bei der Domain Boundary also bei der Begrenzung der Domain nicht nur Smoothing einstellt sondern auch Subdivisions also auch hier kann man die Qualität mit dieser Einstellung erhöhen allerdings kann das zu deutlich längeren Bake Zeiten führen wenn die Flüssigkeit beim Rausfließen auf ein Objekt auftreffen soll dann müssen sie dieses Objekt natürlich auch der Simulation hinzufügen und das will ich jetzt mal tun aber vielleicht mit einer etwas geringeren Auflösung damit es etwas schneller geht also nochmal 128 und füge jetzt dieser Simulation ein neues Objekt hinzu nämlich unseren Monkey so also der ist jetzt hier und auf diesen Monkey soll das Wasser auftreffen deswegen füge ich jetzt diesen Monkey der Fluid Simulation hinzu indem ich hier Fluid aktiviere und bei Typ Obstacle also Widerstand wähle so und jetzt wähle ich das nochmal aus und drücke nochmal auf Bake und hier trifft jetzt diese Flüssigkeit auf unser Objekt drauf und wird davon weggeschleudert und trifft dann gleich noch auf der Begrenzung von der Boundary auf also hier kann man dann solche Effekte auch mit Gegenständen erzielen Ein sehr interessanter Effekt ist auch Dynamic Paint denn mit Dynamic Paint können sie wie der Name schon sagt dynamisch mit Objekten auf Oberflächen malen und zwar ohne dass sie einen Pinsel verwenden also Dynamic Paint würde es zum Beispiel ermöglichen dass sie mit einem Partikel System mit den herabfallenden Partikeln auf eine Oberfläche drauf malen und das wollen wir mal kurz versuchen also ich lösche jetzt erstmal diesen Würfel und stattdessen erstelle ich eine Fläche die mache ich etwas größer und auf diese Fläche sollen Partikel drauf fallen und damit diese Partikel dann auf dieser Fläche auch drauf liegen bleiben stelle ich jetzt hier erstmal Collision ein damit dann die Partikel auch auf dieser Oberfläche aufkommen können und von dieser Oberfläche wieder weg springen natürlich brauchen wir jetzt für diese Partikel erstmal einen Partikel Emitter deswegen erstelle ich direkt noch eine Fläche also Add Mesh Plane und damit die Partikel hier auch nach unten fallen drehe ich jetzt erstmal diese Fläche um 180 Grad also RX 180 und vergrößere die ein klein wenig und erzeuge ein Partikel System so wenn ich jetzt Alt A drücke dann fallen die Partikel hier raus kommen auf dieser Oberfläche auf und spring hier wieder weg so und damit das hier einen Damping Faktor ein vielleicht auch etwas Friction also Reibung das Ganze auch etwas zufällig und auf diese Weise springen jetzt diese Partikel nicht so ganz so hoch Soweit so gut dann kommen wir jetzt mal zum Dynamic Paint also ich klappe Collision wieder ein und aktiviere für diese Fläche Dynamic Paint und habe jetzt zur Auswahl ob das eine Leinwand also eine Canvas sein soll oder einem Brush also einem Pinsel und diese Oberfläche soll die Leinwand werden deswegen klicke ich hier auf Add Canvas also Leinwand hinzufügen und habe jetzt hier die Einstellungen wie gemalt werden soll und das Format das ich hier verwenden möchte ist Vertex und damit auf diesen Vertices überhaupt gemalt werden kann muss ich jetzt erstmal ein paar neue Vertices erstellen also gehe ich wieder mal dass wir hier so ein bisschen Details haben wo wir drauf malen können so also das ist jetzt hier unsere Leinwand sieht ja auch ein bisschen wie Leinwand aus hier mit diesem Raster und wenn ich jetzt mal Alt A drücke dann läuft das Ganze etwas langsamer ab weil hier jetzt mehr berechnet werden muss aber das erlaubt uns gleich dass wir mit diesen Partikeln auf dieser Oberfläche drauf aktiviere ich jetzt Dynamic Paint so und damit die Fläche hier auch malen kann aktiviere ich noch Brush also Pinsel sage Add Brush und kann mir jetzt die Quelle auswählen mit der gemalt werden soll und zwar entweder mit dem Mesh Volumen oder und das möchte ich jetzt hier verwenden mit einem Partikelsystem also Partikelsystem das kann ich jetzt hier noch auswählen und wähle jetzt mir als Paint Source unser kann ich mit diesem Partikelsystem auf dieser Oberfläche malen und um Ihnen zu zeigen was dieses Mesh Volume machen würde breche ich das jetzt mal ab und erstelle einen neuen Pinsel also Add Mesh Cube Dynamic Paint Brush Add Brush und wenn ich hier Mesh Volume eingestellt habe dann kann ich mit diesem Würfel malen während diese Simulation abläuft also nochmal Alt A und wenn ich diesen Würfel bewege dann kann ich mit diesem Würfel jetzt malen und zwar einfach nur dadurch dass ich hier das Objekt bewege und gleichzeitig regnet es von hier oben also jetzt diese Partikel herunter aber damit nicht genug man kann auch einstellen dass hier nicht nur Farbe erzeugt wird sondern wenn wir mal bei dem Regen bleiben dass da auch Wellen entstehen und zwar kann ich jetzt hier bei den Dynamic Paint Eigenschaften von der Oberfläche von der Canvas hier mal runterscrollen und kann hier einstellen dass der Surface Type nicht Paint ist sondern Waves und jetzt sehen sie was passiert jetzt kommt hier so eine Wellen Oberfläche die vielleicht etwas extrem ist aber das kann man bei den Partikeln noch einstellen also kann ich jetzt hier bei meinem Partikel System einstellen dass der Radius nicht so groß ist also stelle ich jetzt hier ein der Solid Radius ist nicht 0,2 sondern 0,05 sagen wir mal und jetzt gehe ich nochmal zu Frame 1 und lasse die Animation starten und die Partikel haben jetzt nicht mehr so einen extremen Effekt damit dieser Würfel keinen Effekt hat wähle ich jetzt mal den aus und bewege den auf unserer Oberfläche drauf regnet und wenn ich jetzt den Emitter etwas größer mache dann ist der Regen auch etwas größer und je nachdem wie groß dieser Radius ist ist dieser Effekt mal stärker und mal schwächer und je mehr Details wir haben desto besser wird das auch deswegen wähle ich jetzt nochmal die Oberfläche aus und nehme unseren Subdivision Surface Modifier jetzt wird das natürlich sehr langsam durch die ganze neue Geometrie von diesem Sub-Surf Modifier und ich versuche den jetzt mal in dem Modifier Stack nach oben zu bewegen damit wir also erst diese neue Geometrie erzeugen mit der Sub-Division Surface und anschließend erst mit diesem Dynamic Paint da drüber gehen genau und jetzt ist das Ganze noch etwas langsamer aber wir haben jetzt auch Eine andere Art der Simulation die Sie allerdings nicht hier in den Physikeigenschaften einstellen können ist der Ocean Simulator also die Ozean Simulation und die finden Sie hier bei den Modifiern und für den Ozean möchte ich jetzt erstmal eine Fläche erstellen also eine Plane und ohne jetzt weiter an dieser Fläche weiter zu arbeiten gehe ich jetzt mal zu meinen Modifiern und sage Add Modifier Simulate Ocean und auf einmal habe ich hier eine ganz große Fläche die auch schon so gewählt ist also ist fast wie ein Ozean und diese Einstellungen für den Ozean die finden Sie eben hier in diesem Modifier und hier kann man jetzt einstellen wie groß ist der Ozean wie stark ist die Windstärke wie hoch sind die Wellen sind die Wellen eher weich und natürlich ist ein Ozean auch bewegt aber wenn ich jetzt Alt A drücke dann passiert hier erstmal gar nichts und das liegt daran dass man hier eine Zeit animieren muss also Sie finden hier diesen Zeit Slider und hier muss sich ein Keyframe vergeben bei Frame 1 also I Insert Keyframe und damit sich das jetzt bewegt muss man zu einem anderen Zeitpunkt am Ende der Simulation zum Beispiel I wie Insert Keyframe und haben jetzt hier eine Animation also Alt A und damit bewegt sich jetzt hier dieser Ozean allerdings ist die Bewegung jetzt noch etwas zu langsam so dass ich jetzt hier bei meinem letzten Keyframe einen anderen Wert eintragen müsste aber dieses Eintragen von Werten ist mir zu umständlich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher warum diese Methode hier verwendet wird es wäre viel einfacher weil man einfach wirklich die Geschwindigkeit einstellen könnte aber Blender wäre nicht Blender wenn man hier nicht einen Workaround finden könnte deswegen gehe ich jetzt mal zu diesem Frame lösche den Keyframe und gehe stattdessen zu meinem Graph Editor denn solange wir hier diesen ersten Keyframe haben haben wir diese Kurve für die Zeit und hier können wir jetzt mit unseren Curve Modifier einen Generator vergeben so sage jetzt also Add Modifier Generator und kann hier jetzt wieder mit meinen Werten die Geschwindigkeit einstellen aber erstmal drücke ich Alt A um zu gucken wie schnell das jetzt sich bewegt und das ist in der Tat etwas zu schnell und deswegen kann ich jetzt hier ganz einfach mit dem x Wert wenn ich den verringere dann verringere ich automatisch die Geschwindigkeit da dann diese Kurve auch flacher verläuft also kann ich jetzt hier durch klicken diese Geschwindigkeit verlangsamen und so langsam wird das auch besser also vielleicht bei 0,2 oder 0,1 ja 0,1 ist wahrscheinlich besser also bei 0,1 das wäre jetzt hier die Geschwindigkeit für diese Ozeansimulation und da mir das gefällt klappe ich das auch wieder ein und kann mich jetzt um die anderen Einstellungen hier kümmern also zum Beispiel könnte also mit einer größeren Resolution wird auch die Qualität besser und ich habe hier mehr Details allerdings wird das dann auch irgendwann langsamer also bei einer zu hohen Auflösung dann hat Blender dann irgendwann schon ganz schön zu tun also das sieht zwar sehr schön aus aber je höher das wird desto mehr leidet auch hier die Qualität also Sie sehen hier geht jetzt die Framerate runter also bis zu Framerate 11 ist das alles noch im grünen Bereich deswegen lasse ich das jetzt mal so und kümmere mich um die anderen Eigenschaften hier kann ich zum Beispiel die Wellenform einstellen also einmal gibt es hier die Choppiness und je größer diese Choppiness ist desto schärfer werden hier diese Wellenkämme also man hat jetzt hier diese typischen scharfkantigen Wellenkämme wo man später noch die Gischt drauf finden würde und um die Wellen jetzt noch höher zu machen kann ich hier mit der Skalierung wenn ich diesen Regler hier drehe dann kann man die Wellen also größer machen das ist jetzt allerdings mit dieser starken Chopiness Einstellung etwas extrem deswegen stelle ich jetzt mal wieder zurück auf 2 so und das ist jetzt ein wirklich ein wilder bewegter Ozean und wenn man Wellen kämmen die kann man einstellen wenn man hier ein Häckchen macht bei Generate Foam ich mache jetzt mal kurz Escape um die Simulation abzubrechen klicke jetzt also hier habe jetzt eine Einstellung für die Coverage also für die Bedeckung der Wellen mit Schaum und das kann man natürlich am besten einstellen wenn man auch sieht was passiert und dafür muss ich jetzt hier einmal die Seitenleiste und hier sehen wir jetzt auch die schwarze Textur mit den weißen Wellen kämmen die Gisht und mit diesem Coverage Regler kann ich jetzt hier sagen wie stark diese Gisht jetzt den Ozean bedeckt und wenn das zu groß ist dann wird das einfach nur noch eine weiße Oberfläche umgekehrt wenn das hier kleiner als 0 ist dann wird das alles nur noch schwarz also hier kann man da einstellen wie stark dieser Gisht Effekt ist und um das ganze zu rendern diese Gisht muss ich das erstmal baken also deswegen gibt es auch hier diesen Button Bake Ocean von Frame 1 bis 250 und wenn das fertig ist dann kann ich hier ein Material vergeben also zum Beispiel neues Material für den Ozean würde ich jetzt erstmal blaue ganz dunkle Farbe verwenden für die Diffuse Color so mal gucken vielleicht so dann die Hardness hochstellen von der Specularity vielleicht auch weniger intensiv vielleicht so mal schauen und dann eine Sache die ganz wichtig ist bei Wassermaterial ist natürlich immer die Spiegelung gerade beim Ozean ist es wichtig dass sich der blaue Himmel im Wasser spiegeln kann also stelle ich jetzt hier ein Mirroring und zwar vielleicht so zwischen 1 und 2 also vielleicht so mal schauen ob das reicht und dann würde ich jetzt bevor ich die Textur einstelle gerade noch die Himmelsfarbe einstellen also vielleicht bei Horizon Color ein gelb helles gelb so Horizont und dann mache ich Blend Sky ein damit ich hier noch den Zenit einstellen kann und hier ein schönes Himmelblau also so haben jetzt hier also diesen Farbverlauf und wenn ich das jetzt rendere dann spiegelt sich dieser Farbverlauf in meiner Wasseroberfläche und könnte vielleicht den Kamerawinkel mal kurz anpassen also die Kamera da gucke ich jetzt mal durch drücke R XX GZZ GZZ bewege mich etwas nach hinten bis weiter nach vorne also vielleicht so und jetzt rendere ich das mal also hier haben wir jetzt diese Spiegelung allerdings fehlt noch der Schaum und für den Schaum muss ich eben zu den Texturen gehen von meinem Material und da eine Texture vergeben nämlich mit New und dann der Typ ist natürlich Ozean und wenn ich hier diesen Type Ocean auswähle dann muss ich erstmal noch festlegen welches denn mein Objekt ist das diese Textur erzeugt das ist also hier das Modifier Objekt das ist in dem Fall die Plane und jetzt ist das hier so Stab berechnet stattdessen wollen wir aber den Schaum haben deswegen ändere ich das von Output hier von Displacement zu Foam also zu Schaum da haben wir jetzt unsere Schaum Oberfläche und ganz wichtig bei der Textur ist bei dem Ocean Modifier dass das Mapping auf UV gestellt wird und wenn ich das jetzt rendere dann haben wir unsere Warnfarbe dieses rosa das kennen wir ja von Blender deswegen stell jetzt mal schnell um von rosa auf weiß also unsere weiß gischt und wenn ihnen der Ozean zu klein ist dann könnt sie den ganz einfach größer machen indem sie nochmal zu dem Modifier Panel gehen und in dem Ocean Modifier einen Repeat X und Repeat Y Wert vergeben und dann jetzt vielleicht die Kamera noch drehen also RZ und auf diese Weise kann man also hier den Ozean auch noch verlängern wenn man sich das ganze von oben anschaut dann ist diese Verdoppelung oder diese Repeat X und Repeat Y Wert entlarvend denn hier sieht man jetzt dass es wirklich nur gekachelt wird aber solange man von schräg oben drauf guckt dann fällt das nicht auf und man hat jetzt hier den Eindruck von einem großen Ozean und ich möchte jetzt mal aus dieser Perspektive rendern deswegen positioniere ich jetzt die Kamera direkt in diesem Bildausschnitt und das mache ich mit dem View Menü gehe hier also zu Align View und dann Align Active Camera to View und der Shortcut wäre STRG-Alt 0 und damit habe ich jetzt die Kamera an diese Position gesetzt kann jetzt noch mal rotieren mit R XX und gucke jetzt damit in diese Richtung und wenn man das rendert dann hat man jetzt also einen viel weiteren Ozean und da es auf einem stürmischen Ozean ja auch gerne mal etwas neblig ist kann man hier in den Welteigenschaften noch eine Sache einstellen nämlich wenn sie mal runterscrollen gibt es hier die Einstellung Mist das ist in Deutschland natürlich etwas missverständlich aber Mist heißt einfach nur Nebel und wenn ich hier ein Häkchen mache und das rendere dann sieht man hier schon den Effekt allerdings ist mir das etwas zu neblig aber es ist eigentlich schon ganz toll also man hat hier diesen schönen Übergang in den Nebel hinein mir ist es noch etwas zu extrem deswegen möchte ich eine Sache ändern nämlich die Tiefe die könnte weiter sein also damit ich jetzt noch weiter als 25 Meter gucken kann setze ich jetzt die Depth mal auf 100 und wenn man das rendert dann hat man jetzt hier so eine schöne neblige Ozeanoberfläche und natürlich könnte man jetzt hier noch die Materialien die Beleuchtung die Texturen verbessern aber für das erste soll es jetzt mal reichen denn es ging hierbei ja auch wirklich nur um den Ocean Simulator eine weitere Sonderform von den Simulationen im Blender sind die sogenannten Rigid Bodies also die Festkörpersimulation und das Problem bei diesen Festkörpersimulation ist die gibt es nicht normal im Blender also wenn ich hier mal schaue bei den Simulationen Rigid Bodies gibt es hier nicht und auch bei den Modifiern gibt es hier keine Rigid Bodies Nun das liegt daran dass im Moment diese Rigid Bodies die sind nur in der Blender Game Engine eingearbeitet diese Rigid Bodies die verwenden eine ganz bekannte Physik Bibliothek nämlich Bullet damit wurden zum Beispiel auch Effekte erzeugt wie diese Zerstörung von Los Angeles bei dem Film 2012 also diese Zerstörung die Sie da sehen die wurden auch mit der Bullet Engine errechnet und diese Bullet Engine da sind Teile davon eben auch in Blender eingearbeitet aber wie gesagt nicht in den normalen Simulationen sondern in der Game Engine und auch wenn diese DVD sich jetzt nicht wirklich um diese Game Engine kümmert das führt auch zu weit das ist nochmal ein Sonderthema muss ich Ihnen das ganz kurz vorstellen damit ich Ihnen diese Rigid Bodies noch zeigen kann so deswegen versuche ich das mal etwas zu beschleunigen jetzt also wir müssen erstmal in die Engine die man auch von ganz normalen Computerspielen kennt also hier kann man sich dann mit den entsprechenden Steuerungen auch bewegen und Spiele spielen die man halt auch selber bauen kann und diese Game Engine die wird gestartet mit einem gefährlichen Hotkey nämlich mit P und zwar gefährlich deswegen weil wenn ich jetzt P drücke dann bringt mich das aus dem normalen Blender Modus raus ich kann nichts mehr machen ich kann die Maus nicht bewegen ich kann gar nichts machen und das sieht daran jetzt läuft hier ein Spiel und ich muss erst mal Escape drücken um dieses Spiel zu stoppen und gefährlich eben deswegen weil wenn Sie hier ein sehr komplexes Modell haben und durch Zufall P drücken und das gar nicht wollten dann kann es sehr schnell sein dass Blender auch mal abstürzt Sollte das mal der Fall sein und Blender stürzt ab dann können Sie immer auch bei File Autosave in Ihr temporäres Verzeichnis gehen da werden nämlich alle paar Minuten mal temporäre Dateien von Blender gespeichert und die können Sie über dieses Menü wiederherstellen gut aber deswegen ist dieser Shortcut P gefährlich weil er eben die Game Engine startet also nicht verwechseln im Edit Mode P Separate aber im Object So also wir sind jetzt in der Game Engine und um jetzt diese Rigid Bodies zu erzeugen brauche ich erstmal etwas wo diese Rigid Bodies dann drauf fallen können also Add Mesh Plane S größer machen also S 20 größer jetzt nehme mal diesen Würfel und bewege den nach oben also GZ ich drehe den auch ein bisschen so ok also das ist jetzt dieser Würfel und in dieser Simulation soll P zu drücken um diese Game Engine zu starten also drücke ich P nichts passiert klar denn ich muss auch erstmal einstellen wie sich diese Würfel verhalten soll und das tut man natürlich auch hier in den Physik Eigenschaften und wenn ich jetzt mal drauf drücke dann sehen sie das sieht ganz anders aus also diese Physik Eigenschaften die sind im Moment so dass wenn sie in der Blender Game voneinander getrennt also wir sind jetzt hier bei den Physik und jetzt können sie hier eingeben dass dieses Objekt dieser Würfel ein Rigid Body ist also wir gehen bei Physik Type von Static auf Rigid Body und wenn ich jetzt P drücke dann fällt dieser Würfel runter und kommt auf dieser Fläche zum liegen denn hier ist automatisch jedes Objekt ein statisches Objekt und wird als Kollision Objekt erkannt so das heißt ich könnte jetzt auch diese Ebene duplizieren mit Shift D mit Z nach oben bewegen mit S kleiner machen mit R X etwas rotieren das nochmal mit P ablaufen lassen und jetzt fällt dieser Würfel hier so runter aber er macht etwas ganz komisches denn er rollt dabei ist es doch ein Würfel und das liegt darin dass man erstmal die Kollision Eigenschaften von diesem Würfel einstellen muss also wähle ich nochmal den Würfel aus und hier bei Rigid Body muss man noch einstellen wie der kollidiert also ich mache erstmal ein Häkchen bei Collision Bounce und standardmäßig ist hier Box eingestellt das heißt wenn ich jetzt P drücke dann wird dieser Würfel Umriss diese Bounding Box die wird jetzt verwendet um diese Simulation zu berechnen so dass ich jetzt wo ich das eingestellt habe diesen Würfel auch duplizieren kann und eine ganze Reihe von Würfeln hier erzeugen kann und wenn ich jetzt P drücke dann fallen die alle runter und ja das wird jetzt hier so durchsimuliert und wo ich Spielelogik und das ist etwas gehetzt aber wir haben ja nicht viel Zeit und ich will es nur ganz kurz zeigen also um jetzt hier eine Spielelogik zu erstellen wählen sie zum Beispiel hier diese Fläche aus und können jetzt hier mit diesen drei ich nenne es mal Nodes können sie ein Verhalten erzeugen und zwar geht das hier von links nach rechts also erstmal brauchen sie einen Sensor und zwar Add Sensor und dann nehmen wir mal Keyboard denn hier kann man jetzt einen Tastendruck vergeben und nehme ich mal die Spacebar denn ich möchte dass wenn ich die Spacebar drücke also die Leertaste drücke dass dann sich diese Ebene nach oben bewegt also ich möchte hier durch ein Drücken von einer Taste die Würfel zum Springen bringen können so also Spacebar haben wir hier so ein kleines Kabel raus stecke das hier rein das ist verknüpft also wird jetzt eine Abfrage passieren immer wenn ich die Leertaste drücke wird immer etwas ausgeführt nämlich End und zwar was wird ausgeführt etwas was ich hier drüben einstellen kann den sogenannten Actuator also das was passiert nämlich das ist hier Motion also eine Bewegung und will jetzt eine Bewegung erstellen entlang der positiven Y-Achse und da fangen wir mit 0,1 an erstmal das ganze nicht so schnell und muss jetzt hier diese Verknüpfung auch hier rein stecken und wenn ich jetzt P drücke und diese Game Engine starte dann kann ich jetzt wenn ich einmal die Leertaste drücke hier sehen was passiert ich kann jetzt hier diese Ebene nach oben bewegen und wenn diese Bewegung etwas schneller geht ich habe gerade die Game Engine mit Escape gestoppt also 0,5 zum Beispiel dann wird diese Bewegung etwas schneller sein so das sieht schon viel besser aus und auf diese Weise kann man hier solche Physik Simulationen erzeugen drücke mal 5 damit das nicht so ganz so orthographisch aussieht so also nochmal P Leertaste okay also nur so viel ich kratze nur an der Oberfläche also man könnte ja noch viel mehr machen aber auf diese Weise kann man eben solche Physik Simulationen einstellen gut jetzt haben wir die in der Game Engine aber wie können wir die rendern denn wenn ich das jetzt wenn ich alt a drücke um das zu rendern passiert nichts sie sitzen hier jetzt nur das heißt ich muss erst mal diese game logic backen to bake kennen wir schon und das kann man nur heißt das jetzt nicht bake sondern es heißt record also aufnehmen und zwar finden sie das hier oben wenn sie hier bei blender game sind finden sie das hier oben bei game ein häkchen record animation record animation aufzeichnen und wenn ich jetzt nochmal p drücke und das alles abspiele und jetzt escape drücke und hier mal in mein dopesheet gehe dann sehen sie wir haben jetzt hier einen ganzen haufen keyframes und wenn ich jetzt alt a drücke dann sehen sie hier ganz langsam diese simulation ablaufen und ganz langsam deswegen weil die game engine von haus aus mit 60 frames per second rechnet das haben sie hier eingestellt bei game engine also fps 60 aber wenn sie im blender eine animation abspielen dann sind das 24 frames pro sekunde also deswegen müssen sie erstmal bei der game engine auch 24 einstellen damit das synchronisiert wird jetzt drücke ich nochmal p lasse das ablaufen möglichst bis es hier alles zum liegen kommt also so drücke jetzt escape und nochmal alt a und jetzt müsste das theoretisch etwas schneller ablaufen sie können das natürlich auch skalieren einfach mit s können sie die keyframes näher aneinander rücken und wenn ich jetzt nochmal alt a drücke dann ist das ganze noch mehr beschleunigen will dann skal lege es einfach weiterhin zu frame 1 also s noch schmaler machen und damit läuft es jetzt hier schnell ab und hier haben sie jetzt diese simulation und das kann man dann anschließend auch rendern also das war dieser kleine Exkurs in die game engine und damit schließe ich